die artikel in wikipedia die schreiben wir also die wikipedianerinnen und wikipedianer das sind so ein paar tausend glaube ich in deutschland es könnten durchaus mehr sein das sind leute die in ihrer freizeit artikel schreiben oder artikel verbessern oder veraltete artikel aktualisieren jeder der lust hat jeder der sie zeit nimmt und der interesse an ein thema hat und so sind es insgesamt ich glaube hunderttausende von menschen weltweit jeder freiwillig und ebenamtlich in diesem projekt mitmachen also es gibt es keine redaktion in dem sinn dass jemand sagt frau müller jetzt schreiben sie mal einen artikel über irgendwas man kann sich selber aussuchen über was man schreiben möchte ja es gibt projekte in der wikipedia die sich redaktionen nennen aber das ist so dass sich da freiwillige zusammengeschlossen haben zu einem bestimmten thema und sich gesagt haben wir schauen uns bestimmte artikel zu einem thema zum beispiel biologie oder chemie oder literatur genauer an und schauen alle artikel an die es da geht schauen alle änderungen an den artikeln alle neuen artikel aber das nicht wie in der zeitung wo dann hin vor der publikation entschieden wird was publiziert wer überprüft was man geschrieben hat ja also zum beispiel wenn man jetzt als neuling was in wikipedia schreibt wird es automatisch gesichtet gesichtet wird es von den leuten die den artikel auf der beobachtungsliste haben als nächste stufe gibt es dann die ganz normalen leser jeder der die wikipedia liest kann fehler korrigieren warum wurde mein artikel gelöscht kann viele möglichkeiten gibt dafür wahrscheinlich ist er nicht den regeln entsprochen was kann das sein das kann sein dass er einfach eine urheberrechtsverletzung war das einfach ein text aus dem internet kopiert worden ist und einfach übernommen worden ist in wikipedia eine zweite möglichkeit warum ein artikel gelöscht wird ist dass es schon ein artikel gibt zum gleichen thema nur eben unter einem anderen stichwort und da ist das so dass wenn der wikipedia eigentlich keine zwei artikel zum gleichen thema üblicherweise haben wollen wird dann ein neuer artikel meistens gleich gelöscht es kann aber sein dass von den inhalten des neuen artikels da auch schon teile dann in den alten übernommen würden helfen würde ein klick in die löscht diskussion also wenn der artikel gelöscht worden ist dann ist es ja schon ziemlich zu spät denn dann hat die löscht diskussion schon lange stattgefunden wenn ein artikel gelöscht wird wird das begründet und dann kann man in der löscht diskussion sich angucken mit was für gründen der artikel gelöscht worden ist wenn man jetzt zum beispiel der meinung ist dass der artikel zu unrecht gelöscht worden ist würde man sich an den admin oder die adminer wenden die zuständig für diese löschung gewesen ist und könnte mit dem netten gespräch herausfinden warum das ganze passiert ist und möglicherweise klärt sich dann alles auf die menschen die die artikel schreiben oder fotos beitragen zur wikipedia die machen das nahezu alle ehrenamtlich es ist so die spenden die jedes jahr eingesammelt werden vor allem gegen ende des jahres gibt es ja dann auch immer so aufruf um zu spenden da ist es so dass das geld ausgegeben wird zum einen um die server der wikipedia laufen zu lassen und die server zu betreiben zum anderen um die software weiter zu entwickeln und dann auch wenn wir autorinnen und autoren projekte machen wollen zum beispiel irgendwelche museen gehen oder zu irgendwelchen veranstaltungen gehen dann können wir da finanzielle unterstützung beantragen zum beispiel reisekosten oder übernachtungskosten und davon wird es dann von diesen spenden bezahlt wenn es jetzt leute gibt die artikel im auftrag für jemanden schreiben und dafür geld nehmen müssen die das ganz genau angeben dass sie ja dass sie geld dafür bekommen dass sie also abhängig von dem auftraggeber sind und eventuell nicht neutral sind dann werden diese artikel dann ganz besonders geprüft ob sie den qualitätskriterien entsprechen ist der artikel nicht neutral gehalten sondern parteiisch kann dieser artikel sehr schnell gelöscht werden und dann hat derjenige der dafür gezahlt hat umsonst geld bezahlt ja es gibt schon wahnsinnig viel in der wgp da ich bin selbst auch immer wieder überrascht was es schon alles gibt es gibt auch noch unendlich viel was man beschreiben könnte ich bin zum beispiel von haus aus biolog und allein an tier und pflanzenarten die in der literatur beschrieben sind aber noch keinen gpd artikel auf deutsch haben gibt es noch millionen zum beispiel und es gibt natürlich auch immer wieder ganz neue themen weil neue menschen ins rampenlicht treten neue ereignisse auftreten es gibt immer noch berge flüsse sogar millionen städte in china die noch keinen artikel haben man muss nur den themenbereich finden den interessiert und darum schauen es gibt ganz 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 viel nicht in wikipedia aus dem bereich film gibt es ganz viele filme die jetzt nicht so dem dem super mainstream entsprechen nicht also da war ich auch sehr erstaunt da gibt es noch viel zu machen auch im bereich der literatur gibt es einiges personen sowieso weibliche personen gibt durchaus noch welche die jetzt den relevanzkriterien entsprechen entsprechen und wo es noch keine artikel gibt und dergleichen mehr also es gibt wirklich noch viel zu tun warum die wikipedia noch so aussieht wie vor 20 jahren müssen wir jetzt mal die programmierer fragen ich glaube das liegt daran dass das nicht so einfach ist sondern das design zu ändern und aber gleichzeitig alle funktionalitäten zu erhalten wikipedia ist ja zunächst einmal darauf programmiert worden für menschen die mit desktop rechnen diese artikel schreiben oder fotos hochladen und da sind auch alle funktionalitäten wie eben die bearbeitbarkeit der seiten sind in der software so programmiert worden wie sie halt damals gebraucht wurden und da jetzt das ganze die ganze software zu ändern und auch das design regelmäßig zu modernisieren das ist möglicherweise ziemlich aufwändig es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile sind glaube ich die hälfte der leute greifen auf wikipedia von mobilen geräten zu es gibt schon ein anderes design auf den mobilen geräten aber da ist es so dass die bearbeitbarkeit der artikel ist sehr schwer technisch geht es zwar aber auf dem smartphone im artikel zu arbeiten macht keinen spaß im prinzip kann jeder mitmachen alle menschen die wollen egal was sie für einen beruflichen bildungshintergrund haben wir haben natürlich viele akademikerinnen akademiker die mitschreiben aber wir haben auch studierende werden schülerinnen und schüler wir haben auch menschen die kein akademisches studium haben die einfach zu einem bestimmten thema etwas schreiben wollen oder fotos beitragen wollen und wir haben da keine aufnahmekriterien jeder kann mitmachen weil was man angeben wissen muss sich das eigene wissen sein das kann man sich selber recherchieren also man kann bücher lesen entsprechend wissenschaftliche artikel webseiten nachrichten eventuell je nachdem was für ein thema das ist wenn man in der zeitung was gelesen hat natürlich in einer qualitätshaltung dann kann man das was man gelesen hat in den artikel einfügen sofern das den artikel bereichert da muss man jetzt keine experten sein technisch gesehen kann man wirklich quatsch in artikel reinschreiben aber es gibt im lauf der 20 jahre hat die community da ganz verschiedene tools entwickelt und so etwas zu verhindern zum einen hat man in die software wirklich technische filter eingebaut die zum beispiel wenn man das schimpfwörter reinschreibt die das blockieren oder so eine andere möglichkeit ist das einfach neue änderungen in artikeln sehr schnell von leuten angesehen werden und kontrolliert werden ob das quatsch ist oder nicht also wenn man etwas reinschreibt das offensichtlich quatsch ist wird es in der regel innerhalb von sekunden schon wieder zurück und wenn jetzt zum beispiel jemand in einen artikel den ich auf meiner beobachtungsliste habe irgendeinen unsinn reinschreibt dann sehe ich das zum beispiel und macht es raus und so wird jeder artikel in der wikipedia von unterschiedlich vielen leuten regelmäßig beobachtet ja und dann ist es schöne bei der deutschsprachigen wikipedia dass es eben ganz viele autoren und ganz viele leser gibt je mehr leute das lesen desto mehr leute kontrollieren was drin steht in der wikipedia und überprüfen was da drin steht je umstritten ein thema ist oder je mehr sich die leute für ein thema interessieren desto mehr leute lesen das auch und desto mehr gibt es dann auch eine resonanz dazu wenn es nicht stimmen sollte als wissenschaftler sage ich immer traut keine internetseite sondern im zweifelsfall würde ich wenn es wichtig ist immer in der fachliteratur nachschauen und auch unterschiedliche fachliteratur hinzuziehen um zweifelshafte fragen zu klären aber für den alltag passt das ganz gut mit wikipedia also es gibt sehr viele studien die auch untersucht haben ob wikipedia artikel glaubwürdig sind und da schneiden in fast allen studien die wikipedia artikel sehr gut ab und da haben wir in der deutschsprachigen wikipedia den vorteil dass alle angaben belegt sein müssen das heißt man kann selber nachlesen wo kommt diese information her und wie vertrauenswürdig ist diese quelle oder wie vertrauenswürdig sie nicht und dann kann man selber sein urteil bilden die wikipedia ist sozusagen der erste anlaufpunkt von hier aus kann ich weiter recherchieren